Unzulässige Doppelzahlung Energiegeld an Rentner? Fragezeichen. Energiepreispauschale für Rentner ist nicht die Energiepreispauschale für Erwerbstätige. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Oft gelesen, gehört und auch bei uns sehr oft angefragt, ist denn die Zahlung der Energiepreispauschale an Erwerbstätige, Beamte oder Minijobber und das Energiegeld für Rentner, das ja ab dem 01.12.2022 noch gezahlt werden soll, eine unzulässige Doppelzahlung? Nein, nochmals nein. Sie kennen doch den Spruch, Äpfel kann man nicht mit Birnen vergleichen oder wie Sie hier in unserem Video sehen, ein Apfel kann man nicht mit einer Orange vergleichen. Und genauso können wir die Energiepreispauschale für Erwerbstätige, das ist jetzt der Apfel, nicht mit der Energiepreispauschale für Rentner vergleichen, das ist die Orange. Beide Energiepreispauschalen haben ihren Rechtsgrund aus unterschiedlichen Gesetzen. Zum einen die Energiepreispauschale für Erwerbstätige aus den Paragrafen 112 bis 122 Einkommenssteuergesetz und die Energiepreispauschale für Rentner aus dem Gesetz für eine Energiepreispauschale für Renten- und Versorgungsbeziehende, kurz Rent-EPBG genannt. Försterliche Abkürzung, ich weiß das. Nur wer die Anspruchsvoraussetzung für die eine oder die andere Energiepreispauschale erfüllt, kann die Zahlung oder Auszahlung tatsächlich verlangen. Dabei ist sogar eine doppelte Zahlung nicht ausgeschlossen, wenn Sie aus beiden Gesetzen die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Dann dürfen Sie sich sogar über eine doppelte Zahlung der Energiepreispauschale freuen. Wer behauptet, dass eine doppelte Zahlung nicht möglich sei und dies auch noch verbreitet, der irrt sich gewaltig und setzt Falschmeldungen in die Welt. Lassen Sie sich Ihre Energiepreispauschale oder Pauschalen, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, auszahlen und auch tatsächlich schmecken. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Und ich lasse mir natürlich diesen wunderbaren Apfel jetzt auch wirklich schmecken.